Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für überbackene Zucchini-Brote. Überbackene Zucchini-Brote sind ein leichtes Mittagessen im Sommer oder auch gut als Vorspeise geeignet. Für zwei Personen werden folgende Zutaten benötigt. Drei Brötchen, eins bis zwei Zucchini je nach Größe, Päckchen Mozzarella, Knoblauchzehe. Folgende Utensilien werden benötigt. Pfanne, Backofen, Schneidebrett und Messer. Zubereitung Die Zucchini halbieren und in ca. 0,5 cm breite Scheiben schneiden. Knoblauch fein schneiden, die Pfanne erhitzen, Zucchini-Scheiben und Knoblauch hineingeben, etwas Wasser dazufügen, ca. ein halbes Glas, Zucchini so dünsten und einige Prisen Salz hinzugeben, köcheln lassen, die Scheiben sollten aber noch bissfest sein. Eventuell etwas Pfeffer hinzufügen. Nebenbei die Brötchen aufschneiden und den Mozzarella in Scheiben schneiden. Zucchini-Scheiben auf die Brötchen geben, mit Mozzarella belegen und auf einem Gitter im Backofen bei 150 Grad Celsius überbacken bis der Mozzarella verlaufen ist. Guten Appetit! Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit! Zubereitung 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 Zubereitung